hallo und willkommen zurück zu lesb pokémon y was sagst du hey du sie sei doch so lieb und ich werde dir diese titel auf eines deiner pokémon an ok juhu diese beere war ein geschenk von einem pokémon namens botogel es ist dafür bekannt jene zu treffen die auf verschneiten bergen feststecken botogel ich kann dieses weihnachts pokémon mag ich nicht mich beschleigt das gefühl dass sich in der frosthöhle ein sturm zusammenbringt mr miteinander er ist wieder da hey so sieht man sich wieder wie läuft altes aus du weißt ja ich bin mr miteinander und ich trage das wort über die u-kraft in die welt hinaus so ich frage dich mal besser nur zur sicherheit steht die uhrkraft erklären nein hey alles klar du weißt dann eben bescheid als aus diesem sinne empfehle meine kraft mehr miteinander zu teil werden das genauigkeit kraft level 1 juhu wenn das jemand an mir antreffen würde mit level 10 zum beispiel dann würde ich jedes mal mit eises kälte oder so treffen wer will denn nicht immer mit eises kälte oder so treffen so ein spaß ist das trovato ich wollte mein ach ja stimmt jetzt ein paar haben wir ja ja einen guten professor getroffen hier gibt es was ich mich jedes mal aufs neue nervt und zwar diese ansicht hier wenn man hier durch die so nervig die so ätzig trainer kalt soweit ich weiß ich weiß dass hier in der nähe dem platz jula stein gibt wie brava das ist kein job für john cena das ding ist nämlich boden jesus bringen für sich auf der engen face kommt wenn ich wusste vernünftige drachen attacke die physisches weil erst gut ja für sich angreifen mann ich hätte gedacht dass die hier schon level 44 apropos aber nicht schlecht das ist guter hex wow dieses die brava war ja schwer zu besiegen ganz ehrlich geld man hat man ihn pokémon selbst wenn man nicht alle trainer besiegt hat man super viel kohle immer wo ein himmelskampf juhu wenn du flieb bist jahre warte wer kann denn noch fliegen in mein team stimmt die brava wie brava fliegen sparen wir uns mal die mega anwicklung flammen wo es ist immer ein legendärer stöpfel es war ohne david auf jeden fall zum privaten wechseln müssen weil es ist wasser juhu wasserflug ich kann die braver nur daran teilnehmen weil er schwebert eistrahl war ich werde verlieren verlieren schlitzer wasserring du musst es aber auch in handelte natürlich geht der hat hier reicht fliegen jetzt wenn er wasser tanken geschwächt und dieses war ohne siebe wasser mini ja bitte warte nein ob es überlebt das selbst siebel sie die wasser danke glurak du bist mein boi du bist mein boi glurak schlitzer schlitzer dich auf swarones das ding hat einfach mal ein fucking eistrahl rausgehauen kasimir wurde besiegt habe ich nun beleber leute die wahl ist wieder auferstanden der rivale ist auferstanden und will rache ans war ohne wo einmal mutter stimmt mit der frosthülle irgendwas nicht mal mutter mamu mamu bist du auf dem weg zur frosthülle trainer für gewöhnlich liebt man mutter ist ja leute auf seinen rücken auf gute 17 entgegen zu tragen aber in letzter zeit ist es nur noch mit der frosthülle beschäftigt und scheint sich nicht mehr darauf konzentrieren zu können personen zu befördern mamu mutter ist ein pokémon dem es gar nicht kalt genug sein kann vielleicht spürt es ja irgendwas das in der frosthülle vorgeht und wer bist du ich bin trovato ich untersuche auf geheiß von professor platan die verteilung der pokémon der karlsregion verstehe daher bist du auch unterwegs zur frosthülle habe ich recht am mutter wird wegen irgendwas dort ein wenig unruhigt sei also lieber vorsichtig das werde ich sein danke für die warnung was hast du nun vor mini f ich muss noch einige vorkehrungen treffen endlich hallo hey da war biegel vincent ein farbbiegel ich hasse farbbiegel steigerung zieht überlebt er niemals gut und was passiert 25 risa 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 di bis die sie pit ihr Und das Instant. Ein Eisheiler. Juhu. Schau hier mal nach versteckten Items. Hey, die müsste 8 Pokémon drin werden. Ich mach nur mal schnell jemand anderes nach vorne. Jemand, der Training braucht, ähm, Larmus braucht Training. Weil, irgendwie habe ich, weil ich glaube, ein Goldgun hat irgendein Pokémon, das Lucario nicht so wirklich besiegen kann. Duakris stimmt. Da war was mit dem Ding. Wow, ich bin schneller als duakris, ey. Larmus ist eines Tages mal schneller als die anderen. Nachtdieb, scheiße. Aber Larmus hat eine gute Depth. Und auch so wie Lashuking. Weil Lashuking viel süßer aussieht. Und was das Dworkface wurde jetzt von ihm besiegt. Larmus. Dragonface. Edit. Ja. Jetzt kann ich ja ruhig wieder Lucario nach vorne machen. Und weil ich erinnere mich noch ein bisschen an die Trainerin. Wow. Das ist sehr ausgeglichen. Drei männliche, drei weibliche Pokémon. Bei Klua kann ich verstehen, dass es männlich ist. Und bei Fetinara kann ich verstehen, dass es weiblich ist. Ein finster Ball. Oh, ich glaube, hier gibt es Item. Hier ist nämlich nicht der richtige Weg. Er würde nicht drauf kommen, dass hier ein Item ist. Ich bitte euch, wenn der Ort schon so leer ist. Gut, dass man nach dem Kampf immer noch das Itemradar in den Händen hält. Das finde ich richtig gut gemacht. Und Game Freak. Einen Applaus für Game Freak. Das kam bestimmt so eine Attacke, die man. Oh, es war nur ein Reitschuh. Langweilig. Langweilig. Bei Jonsina ist er noch 45. Entoron. Ach, Entoron hat bestimmt Eisstrahl. Mit Zischo-Jugt ist er ja gar nicht. Orasphäre. Sperrtanz würde nichts nützen bei Orasphäre, weil es denn eine Speziellattacke ist. Schade, dass Entoron in Zischo ist. Uff, was der Instantkill. Was das Knochen hat? Realssteigerungssieb. Mann, ich freue mich schon auf... Knogger! Yay. Ein Knogger. Attacken von Rivale. Ach, ich gehe auf Rivale. Was wir Knogger schon gegen ihn tun. Warte, Scheiße! Das Ding kann Eisstrahler lernen. Fuck! Hoffen wir mal, dass es das nicht macht und zu dumm ist. Oder dass es das nicht kann. Bitte sei schneller und flinchigen. Oder One-Hit. One-Hit-Dot, aber kaum. Fuchtler! Wer kann Fuchtler gut abfangen? Feli-Nara. Weil das Ding kann fucking Eisstrahler lernen. Und ehrlich gesagt, mit seiner Alula vor. Deutsch Kula. Feli-Nara's Death ist ja super gut. Heil! Heile dich, Feli-Nara. Heile dich. Und diesen Knogger. Mh, lecker. Knogger. Mann, er ist immer noch nicht verwirrt. Ich tue immer nur zwei Hunden mit Fuchtel, wenn ich verwirrte und die Gegner immer drei. Fantastisch. Mondgewalt. Die Mondgewalt ist so eine Attacke, die ich am liebsten bis zum Ende drin haben will bei Feli-Nara. Yes! Das Ding entwickelt sich ja jetzt. Nice! Jetzt haben wir als Libeldra, Leute. Es ist soweit. als Vibrava ist es gestorben und als Libeldra wieder auferstanden. Wie ein Phönix. Es ist auferstanden wie ein Phönix, es ist Libeldra. Ja, mein Kind war Dankli-Fahle-Wut. Drachenrute. Das ist natürlich geil. Episch. Stärke 60. Stärke 60. lanceives Stärke 60. Schaufler. ist in aktiv wer hätte das denn gedacht ich auf gar keinen fall nein 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 tschüss das musste grad sein ich musste gerade mein gut an diesen ding auslassen war du fucking serious oh ein siberio ich hab ja angst kario hilfe es ist ein siberio auch asphäre man bei our field ging die immer super schnell weg ein seiler habe schutz ich hoffe es mal ich ordne es schnell mal alphabet nein kein schutz schade und hier können wir auch in die diagonale gehen leute bei dem wanderer der höchstwahrscheinlich gestalt pokémon hat oder so oder kampf will ich gerne auf dragon face wenn wir jetzt nicht auf level 50 zu mother fucking buddha lander das kann doch nicht wahr sein richtig aktiv ich mag dich nicht ich mag die meist über was gibt da viele eispiele und ich nicht mag wie agdelas siberio ein wanderer der uns und seine lebensgeschichte erzählt hippie relikan juhu es ist ein gesteins pokémon wer hätte das gedacht aber es kann bestimmt eistrahl okay ich mache jetzt schutzschild um zu sehen was es kann felsgrab dann kann es wohl anscheinend keine eisattacke oder dass der mvp warum dich auf stärke ist ist nichts effektiv mein gesteins pokémon ich kann ja schnell wechseln ich hätte liebend gern die lichtkanone auf meinen guten john cena ich glaube ich kann nur lernen sich per level ab hier daneben müssten wir sogar eine scherzschuppe finden weil hier ist ja auch der attackenverlerner der lerner direkt nach einer runde oh you fucking serious rizzeros hmmmm bam 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 oh you rizzeros das ding kann auch surfer kann ich auch verstehen den weise du darf weinen vergiss immer den namen dieses tieres hier verweckt die du Step Du, Step! Yay, John Cena Level 46! Dreamfest Level 46! Juhu! Hustel wurde besiegt! Yay! Ich liebe dieses Spiel! Warte! Was ist da oben? Ein Eisheiler! Mal wieder! Na gut, andererseits... Die 8 Arena ist eine Eis-Arena. Ich weiß gar nicht, wie eine Pirna-Arena ist. Ich weiß gar nicht, wie eine Pirna-Arena ist. Warte! 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 Haryama ist sehr langsam! Keine Ahnung! Feuer-Odem-Aff-Kreunke und... ...sein Kopfschuss auf Haryama! Psyshoch-Chinese! ne psychoschock. tut mir leid. bitte para ganz ehrlich, ich mache jetzt ein schutzschild ha, luschen. ha, die gehen beide auf ihm. diese luschen. schette lamus hat die größte gefahr eingestuft. besonders für das hariyama. level 49 für klurak. juhu. double protect wird sicher fehlschlagen. also halte ich dich hoch, dragonface. und mit dir mache ich mal eine kopfnuss. eine kopfnuss auf dieses freund. die waren so neid. jetzt mache ich auf dem schutzschild und auf dem mit dem surfer wie fehlgeschlagen, honk. ach, no. das hat man dir doch in der schule nicht beigebracht. tagelieb warum ist noch so ein tagelieb? nein. nein. danke. piff und paff. man bin ich paff. man bin ich paff. eine perle. juhu. geld. ich liebe geld. juhu. geld regiert die welt. eine perle. juhu. geld regiert die welt. helft. neid. und da dich köper schlägt die问. so insist. nan�� geäub und harm. man kommt dann an. name dies пожалуйста. Dampfwalt, Trottel, Erdbeben, Kräfte meine ich nicht. Oh, Robustheit. Jetzt boomt das hier. Arschloch. Hey, Lemmon 49, Georock, hey, ich meine nicht so als ob ich es nicht gucken kann, nö, ich kann es ja nicht, es ist zu unfähig dazu. Lucario, wach auf, ich bin so ein Fonk, ich bin so ein Arsch, bitte wach jetzt auf, sonst tötet er dich noch. Aufgewacht, yes. Aber es hat Robustheit. Arschloch. Shadow. Ich bin so ein Idiot. Ich hab das alle zu, ich bin ein Idiot. Ich bin zweit. Pssst. Mh, köstlich Georock. Hey. Oh, Kara, juhu. Jetzt bräuchte ich ne Stahlattacke. Mal überlegen, wo kriege ich die bloß her? Hm, mal überlegen. Keine Ahnung, ich bin am Arsch. Der kann das her? Sperlich Georock. Sperlich Georock. Der kann ja nicht. Das war mehr, dass der Glacier ist. Der ist die Zettkräfte. Guck mal, wenn ich die Zettkräfte des Zettkühlen kann. Ich bin so ein wenig und ich bin... Ich bin so ein wenig und ich bin so ein wenig und ich bin so ein wenig. Das war dass ich jetzt nicht so ein wenig. Ich bin so ein wenig. Ich bin so ein wenig. Werf mit, ich bin. Jey, Wanderer wurde besiegt, juhu. Jey, super Trank, juhu. Ich liebe diese Höhle. Fünf Sekunden später. Ich hasse diese Höhle. Kenji. Da stehst du mich, Kenji. Ha, flinch. Jetzt ist es in Kopfschluss flinch im Let's Play. Langweilig. Ich liebe diese Höhle des Spiels. Oh, Team Flair. Ich habe so eine Ahnung, dass sie sich weiter im Inneren noch etwas oder doch jemand befindet. Jey. Jey. Dieses Rix-Bisa ist ein prachtiges Simplar, das nur so vor Energie trotzt. Und je mehr wir es reizen, desto stärker wird seine Fähigkeit Tatele alarm. Lass es uns rasch einfangen. Bisa. Bisa. Hey. Diese Pokéball-Diebel schon wieder. Hey, was habt ihr denn hier verloren? Ah, an kann ich mich gar nicht erinnern. Ja, wonach sieht es denn aus? Wir fangen hier Pokémon. Was sollten wir wohl sonst dann mit all den Pokéballen stellen? Wir haben es insbesondere auf Pokémon wie dieses Rix-Bisa abgesehen. Es steckt voller Energie. Und was wollt ihr mit der Energie anstellen? Also ein Schnellmerker wie Bist du nicht gerade. Wer am meisten Geld Pokémon und Energie sein eigen nennt, ist halt unschlagbar. Ganz einfach. Denen, die nichts haben, bleibt nichts anderes übrig, als sich all das zu wünschen. Das erklärt aber noch nicht, warum Team Flair umgehend um Mengen Pokémon, Energie und Geld anhäuft. Warum wollt ihr alles für euch allein haben? Was habt ihr vor? Nochmal ganz langsam zum Mitschreiben. Wir vom Team Flair werden überleben und sonst keiner. Sie schließlich besteht keine Notwendigkeit für uns, irgendwelchen unwichtigen Menschen zu helfen. Ich würde ja gerne noch weiter hier mit euch rumquatschen, nur habe ich leider absolut keine Zeit mehr. Hast du das gehört, Mini F? Niemand außer Team Flair soll überleben. Diese Leute sind völlig psychopathisch. Ihr zwei macht mit diesen Rotznasen jetzt kurzen Prozent verstanden los, aber Dallier. Jawohl, wir ein. Los Team Flair. Immer weiter Team Flair. Das ist das Markezeichen von Team Flair. Bei uns ist immer alles eitel. Sonnenschein. Team Flair. Team Flair. Sie sagten hierhin Satz Team Flair. Golbert. Yay. Ich muss mich um die natürlich kümmern. Wenn sonst, ich meine, Trovato doch nicht, nee. Der fühlt sich viel zu gut. Der ist viel zu gut dazu, um diese Spacken hier aufzuhalten. Golbert. Golbert. Voltenzo. Yay. Rivale halbtot. Juhu. Wer wollte das nicht schon immer mal sehen? Warum habe ich mein Team nicht geheilt? Ich voll Honk. Und so ein Pfosten. Yay. Ich muss aber schneller sein. Es ist nur ein Voltenzo. Yes, ich bin schneller. Bitte töte es. Danke. Meine zwei Drachen Pokémon regeln. Team Flair. Warum müssen die jeden ihrer Sätze Team Flair hier finden? Ich mag verloren haben. Team Flair. Doch der Anblick dieser zauberhaften Winterwelt entschädigt mich dafür. Team Flair. So sollte es sein. Immer eitel Sonnenschein. Team Flair. Team Flair. Oh, ein Keifel. Yay. Ich flüchte lieber schnell vor dem Ding. So langsam das Teil ist. Oh, ich habe hier einen super Trank. Was habe ich so als Bären? So, und weiter geht's. Hey, I love Pokémon. Ein AP Plus nochmal. Herzschuppen wären wir jetzt lieber. Weil ich will Lucario Lichtkanone beibringen. Verdammt nochmal. Weil fucking Lichtkanone ist fucking nochmal geil. Hm, du bist weiter stärker als du aussiehst. Team Flair. Wie viel Energie holt sonst noch in die Steck? Team Flair. Magnolia kommt jetzt. Hundemon. Du Dämon. Rivale. Rivale. Ich kann ja noch nicht mal in allgemein setzen. Hab ja keine Highlights. Hehehe. Oh, witzig, Hundemon. Schmarotzer. Arschloch. Kommt schon immer meine Pokémon. Felinara, du triffst uns zwar nur neutral, weil wir auf Feuer nicht effektiv sind, aber trotzdem. Mach einen Zauberschein. Schein. Oh, das faktisch ist schneller. Im Level her bin ich ganz gut dabei in dem Spiel, außer am Zweiter. Nicht so wie in den anderen, wo ich so underleveled bin. Ringface. Kurz vor seiner Vollendung. Auch mal genug. Ja, wurde besiegt. Team Flair. Hoch. Team Flair. Ich war noch nie gut im Verlieren. Team Flair. Nichts wie weg. Team Flair. Abmarsch. Team Flair. Mini F. Hast du denn gar keine Angst vor Team Flair? Von diesen Arschloch. Von diesen Arschlöchern doch nicht. Ich fürchte mich vor denen. Und kämpfen will ich schon gar nicht gegen diese Schufte. Andererseits hätten wir Rexbysa nicht beschützen können, wenn wir nicht gegen sie gekämpft hätten. Ich bin normalerweise eher der zurückhaltende Typ, aber manchmal muss ich mich dazu zwingen, ein bisschen mehr aus mir herausholen. Jetzt müsste ich auch das Mammutelf wieder beruhigt haben, ein Glück. Und jetzt darf ich extra wieder ein Pokémon Schaufler bei bringen. Juhu. Weil ich will hier jetzt so schnell raus wie möglich. Juhu. Wow, da muss kein Strauchler. Steigerungssieb. Können zwei andere Pokémon Schaufler. Brauchst den Kopfschluss hier nicht mehr. Kopfnuss. Ich meine, wir haben ja schon eine Attacke zum Fünschen bei ihm. Die Steppe ist so nah noch viel stärker. Das wird jetzt bestimmt zehn Tage brauchen, bis wir wieder in der Stadt sind. Oder außerhalb der Höhle. Zehn Tage später, wie gesagt. Oh, hier ist ein Himmelskämpfer. Nein, ich habe aus meinen Friedern gelernt. Spiel. Ich darf keine dieser Dreckskämpfe mehr machen. Das Spiel hat jetzt errascht, was ich wollte. Das Spiel widert mich an. Okay. Ernsthaft, hier ist nichts. Okay. Danke, Game Freak. Dann würde ich mal sagen, gehen wir schnell zum Pokémon Center und beenden den Part. Schnell. Und nicht so langsam wie Lamus. Hey. Hätte ich eines Tages dieses Pokémon Center wieder finden. Ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Euer Film hat es auf gar. Und like nur und abonnieren nicht vergessen. Und wie gesagt, falls ihr mal Ideen für neue Let's Wills habt, könnt ihr sie ruhig in die Kommentare schreiben. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.